so hallo und willkommen zurück bei einem neuen video vor mir dem unlock heute ja heute hagel dass wieder irgendeine kritik videos ihr seht es ja schon es ist ein let's play teil von bot stocks 41 ich habe es jetzt alles unzensiert ihr seht es dass hier ein video hat möglicherweise musik die einem dritten gehört über die übereinstimmende musik zu hören schaut das video rechts an das video startet an der stelle an dem das über überstimmende inhalt gefunden wurde jetzt kann man ja drücken hier auf ok habe ich ja gedrückt dass man praktisch das akzeptiert und sagt ja das ist halt von dem und dem die tonaufnahme aber das ist jetzt deswegen das ist wie das in einigen ländern gesperrt da geht man davon aus der irgendwelchen bush ländern so afrika oder was weiß ich nicht irgendwo in den aserbaidschan oder keine ahnung habe ich öfters das erlebt das was gesperrt war aber schaut mal nur wegen der musik wo dieses video gesperrt ist deutschland und usa das heißt keiner in deutschland und usa könnte dieses display teil von 41 von watchdog sehen weil er gesperrt das nur wegen dem scheiß dreckigen fuck huren so ein musikinhalt ich weiß nicht warum das so ich finde es so dämlich eigentlich dass man das ganze video gesperren muss unglaublich ich mache so dass es die unzensierte version alle können sehen aus der deutschen die usa ok deswegen mache ich noch mal extra für die normalen malos vielleicht mal so eine watchdogs teil 41 einfach eine unzensierte version und ich werde euch diesen zensierten teil kurz zeigen ich den hier damit reinpacken für alle die mein let's play kann das interessiert unbedingt mal hier auf voll bild auf hd noch das ist ja sonst scheiße und moment aber jetzt ist hd den sei ich kurz den inhalt noch hat man die musik nicht glaube ich jetzt ist mit der grunde musik erfolg gleich hat man es richtig deutlich den erfolg anschauen er hat er die musik im hintergrund wahrscheinlich wird dieses video auch noch gesperrt wegen deswegen ich weiß es nicht muss kurz ich rücke mal auf pause weil es wird jetzt mein haupt kann da wieder auch noch gleich gesperrt wegen dem scheiß dreck da ich weiß nicht mal bis dann auf tun kann ich finde es traurig ehrlich gesagt dass durch den schmal eigentlich gesperrt ist ein ganzes video gesperrt werden kann ich weiß nicht ob das man die monotisierung aktiviert hat ist ob es dann noch so ist weiß ich nicht wäre möglich aber ich schau mal wie es ist also es nervt ein bisschen aber meine jüte liebe leute was soll ich uns machen eigentlich weiß es nicht damit wirst du schon ihr seht warum es nicht funktioniert hat und ich bin es einfach unnötig wie findet ihr das kommentiert mal geben noch hoch wenn ihr das aussieht ich würde sagen liebe leute bis bald euer nok und ciao